Gerade hatten wir zwei Bosse oder? Ja. Oder war da nur einer? Wir sind auch im richtigen hier. Das vorherige Spiel war nur einer. Ja. Aber wir hatten dann immer diesen Kacker über diesen blöden Meuchler. Jawohl. Ja. Hä? Also wir könnten ja gleich wieder welche kommen hier. Hier holen wir die Dings rein. Mal nicht aufpassen. Ey, sag mal. Spinnst du oder was? Hören Sie doch mal auf. Hier gibt es nichts umsonst. Ist das schlimm? Was für den Punkt denn haben wir? So. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt gucken wir einmal auf die Karte. Doch, ich schon. Auf 340. Da wo wir hergekommen sind eigentlich. Oder ne, da sind wir nicht hergekommen. Richtung Eisenhütte müssen wir. Ja. Ah jo, jetzt sehe ich ihn auch. Hier, Punkte. Ja, gönnt euch. Hier sind auch Punkte hier oben. Ne, doch nicht. Das war nur das Bewählblechdach. Oh. Das war dumm geschossen. Oh, jetzt ne Alligatorfalle. Die hole ich mal eben. Ja. Ja. Das trifft sich ja gut. Wäre schon geil, wenn die Alligatoren wären. Ja. Ja. Du siehst ja mal, es gibt einen riesengroßen. Aber das war natürlich nur ein Scherz. Das ist nur wieder ein Gerücht. Das war bestimmt zum 1. April, ne, die Meldung. Ne, ich hab das schon mal länger gelesen. Das ist schon lange her. Echt? Ich hab's auch Bilder davon oder so, aber wie gesagt. Also ich hab ihn noch nicht gesehen. Hab ihr ihn gesehen? Nö. Ne. Vielleicht ist das ja irgendwann mal ein Endboss oder so. Riesiges Vieh soll das sein. Soll ja auch so kommen, dass die Bosse frei laufen und nicht mehr eingesperrt sind im Gebäude. Ja, genau. Die sollen dann über die Map laufen. Das wär ja auch geil, oder? Wir müssen nach Battery. Hier, Geld. Aber generell mal eine richtig neue Map könnten sie ruhig mal machen. Ey, was ist denn hier? Schieß mir bitte nicht in den Kopf, danke. Ja, wollte ich aber gerade. Ja, ne neue Map kommt erst mit der neuen Engine, hab ich schon gelesen. Irgendwann im nächsten Jahr. Aber die machen wir doch ne eigene Engine, oder nehmen die Engine 5? Nö, die nehmen Crytek, die nächst höhere Version. Ich muss in meine Schublade gucken im Sideboard. Und das ist ja nicht gerade die, ähm... Da steht nur eine Energie. Die Ressourcen schonendste Engine, ne? Das ist ja schonend. Das geht da schon voll rein, ne? Jo. Wenn die dann nochmal ne neue machen, dann gute Nacht Johanna, ey. Dann kannst du, wie bei Crysis, kannst du dir für das Spiel einen neuen Rechner kaufen. Jo. Ja, ne? Ja. Da hast du ja heute teilweise noch ruckklar drin, du. Ist halt so, das stimmt. Die werden immer krasser. Hm. Schon bitter. Die PC-Firmen wollen die auch was verdienen. Oh, hier ist der Endboss. Aber sei es ihnen gegönnt, die machen echt gute, finde ich. Gut, allerdings macht er auch gute. Ich hab dich jetzt nicht verstanden. Ich sag, sei es ihnen gegönnt, die machen echt gute. Ja. Markus. Was wollen sie? Wollen sie mich schlagen? Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Sie wollte mich schlagen, ich hab's genau gesehen. Nein, hier oben ist der Punkt irgendwo. Jetzt Spezial-Munition. Ah ne, das Vieh ist da. Den Punkt haben wir ja schon, den hab ich doch gerade geholt. Hallo? Ach, dann ist das das Vieh. Spielst du auf dem gleichen Server? Nee. Nicht so wirklich, ne? Nee. Oho. Bebe. Ich fürchte mich. Haben wir keine Sticky gehabt? Doch, die hatte ich eigentlich auch geworfen. Und keine Ahnung, warum die nicht abgezogen hatte. Die war aber dran. Oh, ich brenne Hilfe. Oh, der Sack. Die alles in Brand gesetzt, ey. Was für ein Pille, Mann, ey. Ah, da war ne Lampe im Weg. Oh nein, Muckel. Alle brennen wieder. Ja, steck mal hier. Hunter. Ah, Trauma. Das fehlt ja jetzt auch noch. Zwei Hunter, ich bin down. Es sind Hunter hier. Hunter, Hunter, Hunter. Ja, hab's gehört. Ich bin da nicht getroffen in meiner Scheiß-Doppel-Packs. Ey, die will ich denn immer haben, die Scheiße. Oh, ich hab ihn mitgenommen, aber. Jawohl. Hab ihn mitgenommen, aber leider. Also, ich liege rechts. Nee, da liege ich. Ich liege immer. Links jetzt, genau. Pass auf, die sind da. Da oben wahrscheinlich. Der stellt ihn wieder auf gleich. Da war er. Ich brenne. Die Sau. Ey, der ist immer noch nicht tot. Der hat auch gebrannt. Schön, Muckel. Sehr schön. Lösch mich mal, bitte. Oh nein. Mein Gott, ey. Jetzt kommt noch das Scheißvieh. Die lebt immer noch, oder? Ja. Nein. Jetzt kommt der andere. Der andere kommt. Der andere kommt. Der ist im Haus drin. Wir sind hier im Haus. Einer kommt von außen. Ich lass noch mal zwei Kugeln. Nope. Das ist alle. Das ist alle. Hinter dir ist auch jemand. Ah, Scheiße. Ja, was soll ich machen? Ich hab doch vor dem. Wann soll ich mich dann zurückdrehen? Ah. Zwei Kugeln im Lauf noch. Ja. Also ich nehm die Pax jetzt nicht mehr. Die ist scheiße. Die mittleren Pistolen im Dual-Wield kannst du vergessen. Die treffen nicht. Die sind scheiße. Die sind echt scheiße. Muss man einfach mal so sagen. Liegt der Bauer tot im Zimmer, lebt er nimmer. So sieht's aus. So ist es. Unvergiven. Mhm. 23.04. Kann ja nicht immer gut laufen. Nö. Die hatten schon schöne Runden jetzt dabei. Oh, ich geh bei 400 Hand-Dollar. Ne Dynamit-Stange, du. Toll. Was lachst du denn so? Ja, was lachen sie denn? Ja. Warum lachen sie denn da? Oh, alles gut. Wie ist alles gut? Alles in Ordnung. Mir fehlen noch zwei Punkte. Oh nein. Töte Höllenhunde oder Emulator mit Gift-Schan. Oh, ich hasse es, Alter. Töte Enten. Wie kann man... Oh, sechs Stück, Alter. Nö. Dann nehm ich lieber... Dann nehm ich lieber... Oh, Vollmantel oder Gift. Das ist besser. Dann nehm ich Gift mit. Hm. Ach, ne, ne, ne. Kostlos. Kostlos. Gibt's hier Gift-Munition für die... Nö, für die... Warte, für die Winnie gibt's keine... Keine Gift-Munition? Nö. Hä? Warum denn das nicht? Nö, 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 nö. Ich habe 13 Keltwell-Conversion-Pistolen. 14. Ich besitze 14 davon. Ich weiß gar nicht warum. Hm. Merkwürdig, ne? Hm. Gibt's noch 12. Gibt's da Gift-Munition für... Ne, auch nicht. Es gibt hier einen Schwarzmarkt. Hä? Ach komm, ey. Jetzt muss ich echt diese Nagant... Jetzt hab ich die weggeschmissen. Wieso gibt's denn da keine Gift-Munition für die Kacke? Thorngeist. Heute ist die im Angebot, oder was? Dann nehmen wir Gift. Ich bitte komm. Thorngeist. Das hab ich mal gerne ausprobieren. Wie viel kann ich denn davon kaufen? 100 Stück, oder was? Na, machen wir das so. So. Dann machen wir hier. Schlagerring.de Messer. Ja, du sollst sie doch nehmen, du Doof. Dann brauchen wir eine Verbandskasten. Sparks. Nach DIN-Norm 1428. Was flüstern sie da? Hm? Was flüstern sie da rum? Ich wüsste doch gar nicht, aber... Du sprichst gerade mit dir selbst. Ich hab's genau gehört. Echt? Ja. Das stimmt, wenn ich da konzentriert bin oder so, dann quatsch ich manchmal mit mir selber. Hab ich auch. Da machst du nix. Das ist einfach so. Kommt mit dem Alter, sag ich immer. Jo. Ist halt so. Konki macht das auch. Ich beobachte das immer bei ihm. Ist geil, ne? So, jetzt müssen wir... Was müssen wir jetzt töten hier? Ach so, feindliche Jäger mit Gift. Alles. Wir müssen einfach alles töten. Und Höllenhunde auch mit Gift. Und Emulatoren auch. Na super. Alle. Einfach alle. Die Emulatoren nicht fallen dann sofort um. Fleiß... Fleißköpfe brauch ich noch, äh. Töte Höllenhunde mit Feuerschaden. Na ja. Echt? Jo. Ich hab feindlichen Jäger und Schaden zu mit irgendwas. Hab ich nicht mehr gelesen. Oh. Wir müssen noch es nicht mehr躺en. Da liegen!